Zeig mal an, fuck you out, alle Hater. Get rekt, motherfuckers. Dicker, was ist mit dir? Yo, Freunde, was geht ab? Back in the game, remember my name? Es ist wieder der Angel vor euch am Start. Und heute mit einem grandiosen Video. Aber bevor das Video losgeht, möchte ich darauf hinweisen, dass vielleicht am Ende dieses Videos eure Snaps oder eure Kommentare vorgestellt werden könnten. Von daher bleibt bis zum Schluss dran, dann werdet ihr auch wahrscheinlich nichts mehr verpassen. Vorab, ich bin übelst krank. Und ich habe gehört, es geht vielen da draußen genauso. Von daher schlüpfen wir doch alle unter einer Decke und machen uns gesund. Egal, ob ich krank bin oder nicht. Vape is my life. Freunde, in letzter Zeit ist es so, dass mich so gewisse Autofahrer ein bisschen heftig aufregen. Da gibt es sogenannte Hure, die es nicht anders verdient haben, dass ich darüber jetzt ein Video mache. Dieses Video ist eigentlich nur dafür da, um euch ein bisschen zu unterhalten und mal wieder zu spiegeln, ob ihr auch solche Fahrer kennt. Also, wenn ihr einer von diesen Fahrern seid, bitte fühlt euch nicht angesprochen, ihr Wichser. Ach, Freunde, fangen wir doch mal an mit dem ersten und das ist der, der extrem Langsam ist. Dass der so extrem langsam ist. Ich habe gestern, oder ich habe in dem gestrigen Video, ja, habe ich, also in dem Vlog, der für euch heute, ne, warte mal, der ist heute online gekommen für mich und dieses Video wird dann wahrscheinlich für euch am nächsten Tag online kommen. Gestern. So, gestern hatte ich jemanden, der ist bei einer 100er-Zone, ist der 50 gefahren und da kann mir jetzt auch keiner sagen, ey, der hat vielleicht das Schild nicht gesehen. Digga, was ist mit dir? Nein, es waren mehrere 100er-Schilder hintereinander. Also, ihr kennt doch dieses weiße Schild, das durchgestrichen ist, von wegen, jetzt ist 70er-Zone zu Ende, jetzt kannst du richtig Das kannst du da machen. Aber nein, gewisse Herrschaften können das nicht. Und damit möchte ich jetzt keine älteren Personen ansprechen, die jetzt aufgrund gewisser Leistungsschwächen nicht mehr so schnell fahren können. Euch würde ich beten, bitte den Seitenstreifen halb mitzunutzen, damit man euch auf jeden Fall easy überholen kann. Nein, Freunde, vorab, bitte drive safe, sonst passiert euch das Gleiche. Und ihr habt überall Wunden. Ich weiß, Valentinstag. Freunde, ich habe meinen Valentinstag gut überstanden. Wie sieht es aus mit euch? Aber so einen gewissen Fahrer hatte ich letztens, dass der einfach mal mit 50 durch eine 100er-Zone gefahren ist. Ihr glaubt es nicht. Ihr glaubt es nicht. Ich hab den dann schon mit 130 überholt, ja. Was jetzt auch nicht so prachtvoll ist für den einen oder anderen Benzinverbrauch. Aber was war der Typ im Wagen? Er war an seinem scheiß Handy. Er war am Rauchen. Und er hatte meine fucking Basecap. Das hat mich am meisten aufgeregt. So, kommen wir zu den nächsten Leuten, die mir so richtig schön die Eier kraulen. Mit Nadelhandschuhen. Der gute Drängler. Wir kennen das doch alle. Wir sind gemütlich auf der Nachhausefahrt. Fahren bis zur Begrenzung raus. Das heißt, auf einer 100er Strecke wird auch 100 gefahren nicht mehr. Und nicht weniger. So wie es sein sollte. Und was sieht man dann im Rückspiegel richtig? Eine Erblindung. Denn ihr werdet von den Scheinwerfern eines Dränglers quasi von euren Augen gelöst. Gibt es so ein fucking Problem damit? Einfach den Wagen zu überholen? Man fährt doch, man fährt doch 100 in der 100er Zone. Und wenn dann einer meint drängeln zu müssen, dann kann der auch mal eben vorbeifahren. Wenn er doch so eine schnelle Karre unterm Arsch hat oder nicht. Klar kann es wegen gewissen Gegebenheiten nicht sein, dass er überholen darf oder kann. Wegen Gegenverkehr und dies, das. Aber das heißt noch lange nicht, dass man wie so ein Schwuler die ganze Zeit hinter meinem Arschloch hinterherrennen muss. Oder, Freunde? Ich bin dann... Ey, Leute. Ich bin dann meistens so gut und fahr dann auch rechts ran. Löse 100 bis 70 auf. Lass denjenigen vorbeifahren und kann dann geschmeidig 100 weiterfahren. Aber wenn dieser jemand dann vor dir einschert und dann auf einmal 90 fährt, dann bist du ein richtiger Hurensohn. Als nächstes haben wir den guten Anfänger. Wir kennen das doch alle. Wir haben gerade frisch unsere Führerscheinprüfung und durchgeblowjobbt, weil man vielleicht zu schlecht war. War jetzt bei mir nicht so, aber ich kenne da jemanden. Das ist auch gar nicht das Thema. Aber ich hatte gestern auch eine Dame vor mir, die hat einfach an jeder Kreuzung angehalten und hat mindestens 10 Sekunden nach links und rechts geschaut, ob alles frei ist. Wenn das auch noch auf einer Bauernschaft war, heißt ihr habt einen ganz weiten Überblick, ja? Ihr habt einen ganz weiten Überblick über die Felder und man kann schon aus Kilometern sehen, ob da ein Auto kommt oder nicht. Dann habt ihr gefällig zu fahren und den Verkehr nicht zu behindern. Danke sehr. Jetzt mal ohne Witz, Freunde. Vorsichtig fahren sollte jeder. Aber Verkehrsbehinderung ist genauso schlimm. Kommen wir zur Kategorie Nicht ganz so helle Birne, würde ich mal sagen. Wer es noch nicht weiß, mein Wagen hat unten zwei Scheinwerfer und oben die normalen Scheinwerfer. Wenn ich mit Licht fahre, dann fahre ich mit allen vier Scheinwerfern. Das heißt nicht, dass ich Fernlicht anhabe. Nein. Das heißt, ich fahre einfach nur mit normalem Stand oder Tageslicht, so wie man das auch nennt. Keine Ahnung. Ist ja überall woanders was anderes gegeben. Wisst ihr wie ich meine? Und dann fährt man am Abend, wo es so leicht düster wird, mit seinem normalen Fahrtlicht Richtung nach Hause und sieht Leute, die jetzt schon mit Fernlicht fahren. Wieso? Habt ihr keine Augen im Kopf? Schön und gut. Manche blenden vorher ab. Andere blenden aber auch auf. Und wieso? Weil sie denken, dass mein Wagen nen fucking Scheinwerfer gerade an hat. Beziehungsweise das Fernlicht. Wenn ich dann aber von denjenigen geblendet werde, der erst abgeschieden hat, um mir zu signalieren, hey, ich hab mein Fernlicht ausgemacht, ich hab bemerkt, dass du mir entgegen kommst und dann wieder aufscheinen, weil er denkt, hm, wieso macht der denn sein Fernlicht nicht aus? Dann kann ich nur sagen, hab mal bessere Augen im Kopf, weil dann mach ich nämlich mein Fernlicht an und dann fängt der andere Wagen natürlich voll wie so ein Spastier in und her zu rütteln. Der Ausroller bei grünen Ampeln. Mein Liebling unter den Huren sind. Das ist nämlich die Art... Puh, 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 ETS, Alter. Das ist die Art von Autofahrern, die ungefähr ein Kilometer vor einer Ampel bemerken, dass diese grün geworden ist, fahren dann mit 70 oder 100 drauf zu und dann auf einmal drücken sie die Kupplung und lassen den Wagen bis zur Ampel ausrollen, obwohl grün ist. An Ampeln darf mit 70 vorbeigefahren werden oder durchgefahren werden, wenn es grün ist. Nicht an jeder Ampel, andere Ampeln sind auch anders konzipiert, darüber möchte ich jetzt auch gar nicht reden, aber ich habe Ampeln bei uns im 100er-Bereich, ja, im fucking 100er-Bereich, da fahren Leute mit 70 drauf zu und werden dann, obwohl es grün ist, davor langsam und zwar nicht ein bisschen langsam, sondern... Puh, Puh, Puh... Die fahren dann auf einmal 20 auf die Ampel zu, die noch in 500 Metern entfernt ist und die grün ist und du bist nur dahinter und hast keine Möglichkeit zu überholen, weil, oh, Ampel hier, Bitch, die mir gerade einpload und was weiß ich noch. Gott, ist das so schwer, einfach zu fahren. Ja, Freunde, ich sollte vielleicht mal so ein Video drehen, das sich Angels Fahrschule nennt. Jetzt ist der Akku leer. Ja, moin. Was ich damit noch sagen wollte, Leute, bitte fahrt bei grünen Ampeln einfach mit einem normalen Tempo daran vorbei, dann behindert ihr nicht den Verkehr, ihr kommt schneller nach Hause und alle sind happy. Und Freunde, dann würde ich mal sagen, kommen wir zu euren Snaps, die ihr mir so geschickt habt. Justin Kuh. Inspired by Angel. Alter, wie viele Leute jetzt sich so ein LED-Zimmer machen. Das ist ja nicht mehr normal. Was habe ich ausgelöst? Da schickt mir jemand wohl seine halbe Lebensgeschichte. Warte mal, hey, die Bettdecke kenne ich doch. Die Bettdecke kenne ich doch. Von wem habe ich die gekannt? War die nicht im letzten Video mit dabei? Ich weiß es nicht. Da hat sich einer nur Steven genannt. Geil, Alter. Jo Angel, was geht ab? Ich feiere auf jeden Fall deine Videos. Auf jeden Fall immer mit ATG. Mach weiter so, Bruder. Hau rein. Jo Angel, was geht ab? Ich heiße Mr. White auf YouTube. Und kannst du mich mal bitte grüßen? Ich feiere deine Videos. Mach weiter so, Bro. Und ja. Grüße gehen raus an Steven. Wir haben wohl den gleichen Namen, wa? Du kleiner Pisser, der klaut nicht meinen Namen. Nein, alles Spaß, Freunde. Fresh, Miggi. Auf geht's. Zwei Kilometer Lauf. In deinem Alter bist du am Laufen. Ist ja krass. Fußballturnier ist jetzt nicht so meins. Leute, Fußball ist das euers? Meins ist es nicht so. Niklas, hast du McDonalds noch gefunden in Dienstlaken? Oh, da kamst du sogar aus Dienstlaken. Oh nein, ich habe da kein McDonalds gefunden. Aber ich bin auch richtig behindert gefahren. Muss ich dazu geben. Und dann Spassi Cedric. Wann gehst du schlafen Angel? Das hat er mir dann gestern geschickt. Beziehungsweise heute um 2 Uhr 55. Weil ich war noch ein bisschen länger wach. Ich weiß nicht wieso. Aber machen wir doch mal den letzten Snap von Mea K. Laura auf. Wolltest du nicht letzte Woche auf meiner Fanpage vorbeigucken? Love you. Hab ich doch getan. What the fuck? Gute Nacht Angel. Ja, gute Nacht, ne? Und dann würde ich sagen, Wechseln wir zu den Youtube-Ombedaren. Yeah. Nicht wundern. Alter, ich habe so heftige Augenringe. Und an alle, die ich im Ballhaus getroffen habe. Ja. Grüße gehen raus an alle von euch. Es waren um die 100 Leute bei uns. Also Ballhaus ist bei uns so eine Disco. Und es waren einfach so viele Leute da. So viele Abonnenten. Ich habe das mega gefeiert. Ich habe auch 7 von euch reinbringen können, die noch keine 18 waren. War auf jeden Fall ziemlich fresh. Da sehen wir schon wieder. Du Hurensohn. Das ist eine E-Shisha und keine Shisha. Du Kleiner. Ne. Ich darf das Wort gar nicht sagen. Backsteinkantenfresser. Klar, da fragt mich jemand, wo ich wohne. Das erzähle ich dir auch jetzt einfach so. Ist ja nicht so, dass dann eine Million Leute hier vorbeikommen würden. Nein. Wie bist du auf den Namen Angel gekommen? Das habe ich schon mal in einem meiner letzten Videos erklärt. Beziehungsweise gesagt. Schau dir alle an, dann weißt du es. Du wohnst in Dienstlagen. Nein, wohne ich nicht. WTF. Dienstlagen ist viel zu weit weg. Frage an dich. Könnte ich deine Begrüßung benutzen? Nur ein bisschen abgewandelt. Kannst du gerne machen, Rudi. Ello Tricks Fan. Korrekt. Ja, hallo. Der gute Carsten. Den muss man sich mindestens einmal in der Woche reinziehen. Wenn er denn auch mal einmal in der Woche ein Video macht. Nehmen wir den letzten. Hey, ich wohne in Gescher. Du wohnst in Coesfeld. Ich habe zwar schon eine Milliarde Mal gesagt, dass ich nicht in Coesfeld wohne. Aber vielleicht sieht man sicher, ne? Und da würde ich sagen Freunde, wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich immer über ein kostenloses Like und ein kostenloses Abo freuen. Das könnt ihr hier gleich tätigen. Hier seht ihr auf jeden Fall meine Social Networks. Wenn ihr ins Video wollt, dann müsst ihr mir nur da folgen. Hier seht ihr eine Max Prank Playlist. Richtig geil geschnitten. Und das letzte Video. Und natürlich alles was ihr wissen müsst, ist unten in der Beschreibung. Da würde ich sagen, wir sehen uns bis zum nächsten Video. Ich hoffe es hat euch gefallen. Der Angel ist raus. Zeig mal den Fuck You und alle Hater. Get rekt Motherfuckers.